User entered your channel. User in your channel timed out. User disconnected from your channel. User was kicked out of your channel. User was kicked to your channel. User in your channel was kicked from the server. Hey. Dir gehen die großen Team 6 Server mittlerweile auch auf den Sack, weil da jede Missile in den Channel immer raus und rein joinen muss und du wirst einfach mal nur mit deinen Freunden in Ruhe zocken oder reden können und wirst nicht immer direkt gekickt werden, wenn ein Admin sieht, dass du kurz AFK bist, irgendwie ein Brötchen schmieren oder so mit Marmelade. Dann habe ich genau das Richtige für dich. Das Jonah.net. Das Jonah.net ist nicht irgendein Team 6 Server. Es ist das Team 6 Server. Da das Jonah.net der allerbeste Team 6 Server auf der Erde ist, hat man hier natürlich besonders viel Spaß. Ja, ich habe gestern auch Nutella-Brot gegessen. Ne, sogar zwei. Das Jonah.net hat mein Leben verändert. Das Jonah.net hat mich dazu gebracht, Arzt zu werden und Leben zu retten. Hi. Ich bin Marvin. Das Jonah.net.